Ich finde das toll, wenn ich gar nicht mehr sporene und genau in dem Moment ist deine Unsichtbarkeit weg. Oh, Sascha ist gestorben. Ja, ich bin geradeaus rausgefahren, verdammt. Mann, vielen Dank an 3D3s, die Zuschauer, wenn die wirklich da sind. Vielen lieben Dank, danke, es ist ein Traum. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr alle da mitgebracht habt, super. Wie ist denn das denn? Wie ist denn da so weit oben gefahren? Alter, wuh. Ich war da. Da war ja noch eine Linie. Nein! Ich habe gedacht, mit Nitro schaffe ich ihn. Ich habe gedacht, mit Nitro kriege ich ihn, wenigstens, aber nein. Ja! Ich finde das kacke. Das dritte Mal, der ist gewesen, wo es in dem Moment unsichtbar weg ist, weißt du? Nein! Ja! Zwei sich streiten, vollzieht der dritte. Kennst du doch. Ja. Könnt ihr euch abschminken? Boah! Was war das denn? Oh! Nein! Oh, ich bin hier rutscht durch Pallas, Dings! Nein! Da wo willst du hin? Oh, was war das denn? Ja! Ich bin ihm irgendwie abgehoben. Nein! Oh! Oh, Palle bist du raus! Oh! Weißt du mal Kompli, wenn du wollen wir in Iodef? Nein! Doch! Oh! Ja! So! Ich bin den schulös. dann eigentlich können wir können wir eigentlich machen machen wir noch eine runde und dann können wir ja schon so langsam so ein bisschen ausschweifen so zu outlast weil da haben wir schon fast ein uhr ist dann haben wir wie lange wir jetzt geht ja gespielt drei stunden stimmt nur fast fast zwei stunden vor hin bis er dann abgestürzt ist jetzt noch mal eine stunde kommt in drei stunden als alles macht Spaß was ich bin nicht mit schieds nein das stimmt gar nicht ihr seht dass ich hier live spiele hier ich spiele live ich konzentriere mich auf und die sind alle gespannt am gucken und an und an deinem Mac eine Schieblis ja genau so guck woher weißt du so Nummer eins haben wir schon mal Kandidat Nummer eins ist schon mal weg ah nein unmöglich da fehlte wieder ein halber Meter ja das gibt's doch nicht aber ich bin rausgeflogen ich glaube ich schaffte das noch nicht nein da hat's den schon rum zerrissen ja ich kann nicht mehr schnell genug rum verdammt manchmal kriegst du auch die Kurven so gar nicht mehr das ist so komm fahr da rein ne hinterher war gerade noch so dran geschraubt und ja ich dachte ich krieg auch noch die Kurve aber minimal mal wenn die Linie befindet und jetzt in der Meter nämlich schmiedsweise ah nein es ist unfair zu den 1 mm später und sonst so noch wie man kann man mal machen na was rutscht der Rutsch wieder nicht richtig schroben was ist kurzen ich liebe den Spielmodus der ist geil ja der macht Spaß durch Spaß auch wenn man verliert nein da geht einer baden wo will er hin ja alter kannst du sagen klar und Kraft nach links aber ich kann mich nicht mehr schnell nur noch um naa die in Zeitlupe alter wuuhu da war nichts mehr mit da war gar nichts mit ausweichen auf keinen Fall wuuhu wuuhu ah Mann verdammt ah der macht Spaß der Spielmodus ist echt cool ja ist echt geil der Modus ja das ist echt geil der Modus könnte man die Tau auf jeden Fall noch mal trocken wiii ja definitiv müssen wir mal wiederholen nein Ich komme zu schnell genommen, ey. Okay. Ach guck mal, Jerome ist schon raus. Zu stark eigentlich. Ja. Hallo Palle. Tschüss Palle. Oh. Der war aber knapp. Der war knapp. Boah, du Sau. Boah, du Drecksau. Das gibt's auch gar nicht. Du Drecksau. Das ist ja unfassbar. Wie er eiskalt mich zufährt. Das nächste Mal müssen wir noch den anderen Spielmodus rausfinden. Alter, ist das ja 2 gegen 1 oder was? Oder wie sehe ich das? Alter, 2 gegen 1. Eiskalt. Ja. Nein. Nichts. Boah, was? Hä? Eigentlich bist du ja noch nicht durch die Linie von, oder? Oh. 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 Das war jetzt extrem knapp. Nein. Na, das gibt's nicht. Ich hab euch gegenseitig zerstört. Kann das sein. Ich war noch mal. Ich war noch mal ein Motorrad vor dir. Weißte. Naja, aber ich muss drauf gehen. Für den Widerspruch. Sven GTA-Logik. Ja. Ja. Scheiße, wie fährt der denn hier? Boah. Nein! Fuck! Ich hab mich auf die Karte geführt. Scheiße, fuck. Ich hab mich jetzt auf Pelle konzentriert. Verdammt. Wieso beide mich jetzt ausspielen? Eiskalt. Ey. Beide spielen sie mich jetzt aus. Eiskalt. Ey. Wieso, Sven? Ah, ne. Ich darf noch einmal. Jetzt nicht mehr. So. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Palle. Das war auf der Karte nicht mal zu sehen, aber okay. Palle. Nur noch für beiden. Mhm. Ja. Nur noch für beiden. Ja. Stößchen. 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 Oh, mal gucken wir, ihr Wind. Besser bei der Linie hinterher, oder was? Nur noch für beiden, Palle. Mal gucken. So war das auch. Und ich bin kaputt gegangen. Wie Palle mich berührt hatte. Ja. Ja. Gleichstand. Jetzt. Jawohl. Palle. Nur noch du und ich. Hier. In Wienwut. Hier zu vier und noch Wienwut. Du brauchst gar nicht hier. Fahr rein. Fahr in diesen Scheiß. Nein. Fuck ey. Scheiße. Mann. Der fängt mir auch gerne an, aber ich geh auch immer kaputt. Fuck. 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 Oh. da jeder b ein er ist ein mit so gut möchte keine nicht nur treffen mehr sind da gibt es dir recht jetzt so den Sack zu machen können aber das ist nur zu gut gemeint, wa? Ja! NEIN! JA! So geht's auch! Wie er schön rennen gefahren ist! Ja, ne? Hammer, ne? Oder? Das ist ein Traum! Das sah gut aus! Ist ein Traum, auf jeden Fall! Das sah echt gut! Der auch! Der ist auch gut! Ja! Palle! Komm! Lass es einfach geschehen! Es tut nur beim ersten Mal weh! Jawoll! Jawoll! Sehr schön! Stößchen! Stößchen! Du hast es gesagt, Sascha, und bumms! Ist er renngefahren! Ja! Alter! Ein Zwies im Buche stand! Mit Absicht! Jawoll! Läuft! Oh oh! Alter Schwede! Was ein geiler Spiel muss! Sollten wir definitiv wiederholen im Stream! Das macht so viel Spaß! Ja! Alter Schwede! So viel Kohle wieder, Alter! Meine Stieren tun weh! Meine Stieren tun weh! Meine Stieren wovon? Ja! Ich hab mir einmal die geklärt! So! Ich bin so blöd! Ich bin so blöd! Ich bin so blöd! Ich bin so blöd! Ich schaff das nicht! Der ist so fertig, der Kerl! Der ist so fertig! Mit dem spiel ich nie wieder geht hier ab! Ach liebe Freunde! So! Ich geh mal in den freien Modus! Freunde des gepflegten Gameblicks! Genau! Freunde des gepflegten! Der gepflegten Unterhaltung! Und des breiten Sports! Wir haben es echt schon 1 Uhr jetzt gleich! Noch 3 Stunden! Noch 3! Dann schaffst er doch noch die 24 Stunden! Was? Dann schaffst er doch noch die 24 Stunden! Ja selbstverständlich! Ich könnte durchziehen bis 4 Uhr nachmittags! Aber ich brauch schlafen! Ja ich nicht! Ich muss ausschlafen! Weil ich muss ja... Weil morgen kann ich nicht ausschlafen! Wenn ich dann 4 Uhr noch hier sitze! Weil ich muss morgen wieder arbeiten! Außer wenn ich das jetzt von Freitag auf Samstag gemacht hätte! Dann hätte ich ja von Samstag sondern da ausschlafen können! Aber... Aber so nicht! Nein! Deswegen hab ich gesagt 12 Stunden! Das reicht vollkommen! Wir haben genug gestreamt von der Zeit her! Wenn man überlegt! Wir haben jetzt auch 4 Stunden vor uns! Ne! Wird noch ein paar Sachen werden noch passieren! Ich bin gespannt wie weit ich bei Outlast komme! Beziehungsweise wie schnell ich das noch kann! Ich hab jetzt schon seit längerem mit mir gespielt! Ich wär meine 1000 Tode gleich sterben! Hahaha! Ich Dienstag! Und ich gu- Nee! Ich will sie mir im Februar bestellen! Okay! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Achso! Apropos Kerze bestellen! Sven! Bei Gameware! Weiß was die bei der Rechnung draufgeschrieben haben! Hey Juhu! Äh 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 äh! Schon versand! Oder irgendwie sowas stand da drauf! Irgendwie Yuppi! Schon versand! Haben sie extra draufgeschrieben! Auf der Rechnung? Auf der Rechnung! Ja er stand irgendwie mit so einem Stempel Juhu schon versand! Oder irgendwie sowas! Boah da hab ich so gesagt wüsste was ey! Ah! Hashtag Vorfreude! Schon da! Hashtag Vorfreude schon da! Genau! Hashtag Vorfreude schon da! Hm! Ah so! So ein Standard Ding! Ach so! Ja gut! Dann weiß ich da Bescheid! Weil ich dachte das wäre irgendwie! Weil ich mich letztes Mal beschwert habe! Okay gut! Dann bin ich ja schon mal froh dass es nicht so ist! Ne ja wie gesagt! Ich hab dann letztes Mal bestellt! Es ist genauso wie ich sag mal so eine Fußzeile oder Kopfzeile! Haben wir einfach so mittendrin! Was heißt das denn hier? Maze? Kann der der ihr Leitspruch oder sowas! Achso! So mal guck mal gucken was das Motorrad kostet! Erstmal gucken was ich eingenommen habe! Ich hab's genug! 156.000! 640! Ich hab nur 46.000! Ja! Also das Bike was wir gerade gefahren sind kostet 2.225.000! Wo finde ich denn das? Bei? Legendär Motorsport? Ne warte mal! Ja! Legendär! Legendär Motorsport! Gleiches Erster! Das dritte! 1,2 attache ich 2 Millionen Komma 225.000 8.000! Alter komm mal der Lambo den gibt's auch für 1,3! Alter was ist das denn für ein Auto da? Der Bf Raptor! Was ist das denn für geile Autos? Den können ich mir sogar kaufen! Ja! Ja ich nicht! Ich hab 299.000 am Konto! Ich hab 1.787.000! Ich hab 1.787.000! Na grad mal 703! Was für Autos sind so gefliegt worden? Aber der Elveny Roosevelt! Der wird mir gefallen! Der was? Der was? Der Elveny Roosevelt! Elveny Roosevelt! Ja! Dieser Dings! Dieser Mafia Wagen ne? Ja! Wie ist eigentlich Here Say Lie? Voll geil! Kann ich dir nur empfehlen! Richtig! Also! Richtig geil! Das ist ein Horrorspiel! Alter! Und das für den ersten Titel? Krass! Naja! Psycho Horror! Sagen wir mal Psycho Horror! Ja! Das geht ziemlich auf ne Züche! Ja! Aber sehr geil! Sehr sehr geil! Also kann ich dir echt empfehlen Palle! Ja! Also für Schisser erste Sahne! Hehehe! Teil! Ja! Definitiv! Also! Auch von der Story her finde ich sehr geil! Wie es gemacht ist! Ja! Huch! Ähm! So! Wenn du Resi komplett in VR durchzocken kannst! Dann ist's! Äh! Wieso kann ich hier nicht fahren? Ich kann nicht fahren! Ich hänge! Hä? Mein Motorrad hängt hier fest! Ich kann nicht fahren! Aha! Ich hänge fest! An der Bordsteinkante! Mein Motorrad fährt nicht weg! Ich seh's! Man nannte dich auch die Bordsteinschwalbe! Die Bordsteinkantenfahrer! Tritt! Tritt! Also was ist das denn? Ja! Ich versuch's gerade! Wenn der mal da hinhauen würde! Wo ich hinhauen will! So! Jetzt! So! Ich bin nochmal kurz WC! Ja! Jetzt geht's wieder! Juhu! Komisch! Sehr merkwürdig! Äh! Zeus fragt was für'n Spiel! Ey! Jetzt gibt's gleich Outlast! So! Ich fahr' erstmal die Frau um! So! Zack! Warte mal! Geht das? Krass! Ja! Erstmal schön warm fahren den Reifen! Juhu! Yeah! So! Oh guck mal ne Feuerwehrwache! Ach krass! Oh! Sascha ist bei mir in der Sitzung! Ach so! Du kannst doch mal als Feuerwehrwamen spielen! Hab ich jetzt gesehen gehabt! Echt? Also ich denke mal das war wahrscheinlich irgendwie ne Mod oder sowas! Guck mal ist doch ne Stange hier! Das ist ne Mod auch schon! Aber ich komm nicht ins... Doch! Jetzt komm ich ins Schnellinventar rein! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Ah! Ist ja krass! Ähm... Ne warte mal! Bleib mal da stehen Sascha! Bleib mal da stehen! Ja ich muss also so hier meine Kleidung hier! Warte mal! Wo ist denn hier meine... Wo kann ich hier meine Kleidung ändern? Also meinen Helm! Stil, Momentar, GPS, Fahrzeug, Tagesziele, Markierung, spontanes Rennen... Klimper, Klimper! Äh... Ist das bei Stil? Ne! Luxus? Achso es war es doch! Ausrüstung, Brille, Helm hier! Gar kein Helm! Genau! Ich will Maske! Hier! Socke! Socke ist wieder am Start! Alter! Socke! Socke ist wieder am Start! Hallo Freunde! Socke ist wieder! Ja! Yeah! Socke! So! So! So ich soll hier warten! Hat Palle gesagt! Ja! So die paar Minütchen haben wir auch noch! Wuhu! Ich will dir den Knight Rider zeigen! Oh ja geil! Den will ich gerne mal sehen! Na ich will die Waffe wegstecken! Warte mal! Äh... So! Boah! Ich hab schon so lange KDDR gespielt! Dass ich schon die ganzen Tasten nicht mehr weiß! Was steht da gerade? Jemand hat auf mich 1000 Dollar Kopfgeld ausgesetzt! Ich hab keine Ahnung! Du! Was? Der Popo fängt Feuer! Wie der Popo fängt Feuer! Achso! Alles doch wieder verarschend! Ich bin schon wieder nicht in eurer Sitzung! Was ist mit der denn hier? Was ist der denn hier für einer? Wer ist denn das hier? Wer ist das? Ach du bist das! Achso! Ich dachte schon! Weil ich seh keinen Namen! Ach jetzt! Pause! Hallo Herr Pause! Hallo Herr Pause! Herr Pause! Guten Tag! Guten Tag Herr Pause! Hallo! Das ist der Knight Rider? Boah der ist ja geil! Boah! Das ist kein Knight Rider! Achso! Durchdrehen wir auch ein bisschen Affen schon! Da fahren wir jetzt hin! Da fahren wir jetzt hin! Ist klar! Du wolltest ja nur mit mir alleine sein! Weil ich ne Maske trage! Achso! 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 Ich steig wieder ein! Ist einfach so! Das ist einfach so! Das ist einfach... Naja... Es nimmt sich selber nicht ernst! Was ist denn jetzt hier los! Warum zappelt das hier so? Palle! Palle! Was hast... Was hast du gemacht? Palle! Kann das sein dass du deine... Kann das sein dass deine Leitung gerade abkackt? Ne meinen Controller war leer! ach so ich steig wieder ein okay lass mich nicht allein ich fühle mich so ich fühle mich hier so verlassen so aber ich verabschiede mich jetzt immer ja ich werde jetzt weiter ich schaue nachher noch mal den streamen falls ich nicht in sie versunken bin also ja oder so alles klar dann sage ich mal bis später denn ich später danke ich habe alle kannst du noch daran entsinnen wo wir mit 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 anna und stefan hier bei gta rumgespielt haben wo wir so die sonntagsfahrt gemacht haben Kinder ich will Eis ich hoffe ja dass die bald mal wieder online kommen ja das ist so geil ja Freunde Socke ich will Eis warum hab ich so eine enge haut enge Lederhose an ich hab keine Ahnung ich kann auch ich sag doch Swinger Club ja wo ist denn der Knight Rider ich hatte übrigens mal die Knight Rider DVD Sammlung ich weiß gar nicht wo die ist sie ist irgendwo bei meiner Ex-Freundin verschwunden damals leider habe ich sie nicht mehr ja ich hab sie gehabt ey fürchterlich man ich beiß mich immer im Arsch dass ich die da liegen lassen hab die hab ich auch nie wieder gesehen ich glaube ich muss sie mal ich glaube ich muss sie mal neu kaufen Seppl hallo willkommen achso Palle du kannst ja hier sehr leih mal als dem hast du die demo und disk aus mich hat jemand erschossen der Rebell nein er hat mich gekillt der Rebell oder Rettl wieder heißt ja ist ja kein thema ist ja kein problem hier ist kein problem hier ist da ist bestimmt sein Auto hier ne oder das ist meins achso Alter wo bin ich denn das geworden soll ich das Auto mal zu dir bringen kannst du glaube ich nicht achso alter vorne das rote licht vorne lol 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 wie geil oh alter was 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 war das denn ich hab ein Elektroschock gekriegt ich hab ein Elektroschock gekriegt wenn ich an die Tür anfasse bitte was was ist das denn und das Auto ist einfach abgehoben äh pssst wie geil ist das denn ich darf nicht in das Auto einsteigen die scheiß Cops kommen ich muss die mal eben kurz erlesen so tschau gib mir nicht auf den Sack steig ein steig ein steig ein weg weg super Pursuit bitte so yeah und Phil Collins sind gerade im Radio I don't care anymore I don't care anymore I don't care anymore lol ja aber für ein Fahrzeug fährt lol guck dir mal das Cockpit an voll die wie da drin sitzt der Palle äh ne warte mal warte mal warte mal ne kurz kugiert äh so boah voll die Psycho Augen guck mal alter guck mal die Palle seine Augen an wie der Pferd voll die Psycho Augen alter und ich soll mit dir im Urlaub fahren hier das halte ich von deinem Urlaub das halte ich von deinem Urlaub das hier darf ich oben so ein Knöpfchen drücken zack 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 ja hierher vergeben eine Reihe wo alter wo macht den Falsch immer automatisch offen oder was ne ne muss achso und springen kannst du immer oder fühlt sich da was auf oder was oder wie es hat ähm ja halt die Hupentaste muss ich achso 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 Raketen kann es ausschießen ja lol ok weil lieber von dem das ist ja ah Knight Rider ist unzerstörbar gegen Kugeln ne ne der geht kaputt hallo der Knight Rider der hat der hat doch Dings da kann man doch drauf schießen wie man will laut Film lange Beine hat der Palle ja das stimmt lange Beine hat er am Auto auf jeden Fall im real life auch ha 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 so ähm Popocop hat 1360 Taler juhu und hat mal eben 1000 verloren hat nur noch 360 Taler Knight Rider ist das schon ein Bett mobil ne das ist ein Knight Rider guck mal vorne da sechte Cycles komplett ohne Licht Ja, das wird's nicht bei KIT geben. Warte mal, soll ich nicht so ein Cargo-Bopp holen und verhängen dich mal oben auf dem Dach von der Maze-Bank? Dann kannst du mal runterfliegen mit Fallschirm. Er kommt. Der Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen ihm das Unrecht. Und auch zwischendurch kann es passieren, dass der Knight Rider auf dem Dach liegt. Auto müde, Auto will schlafen. Ja. Zwischendurch gibt es auch Folgen, wo der Knight Rider über 300 fährt und eine Person einfach mal aus dem Fahrzeug steigt. Wuhu! Oh Gott. Wieso habe ich jetzt... Ihr könnt mich mal, ihr Loser. So, ciao. Ich werde gleich sterben mit meiner Lederhose. Ich bin schwule. Geht weg. Lass mich. Ich bin der Kotenschwule. Ja, sicher. Ich bin doch gerade gesagt. Ich bin der da. Yo. So. Nein, nein, nein. Au, Alter. Au. Okay. Ups. So, jetzt habe ich wenigstens keine Cops mehr. Hä, was denn jetzt? Schneller respawn. Ich will respawn. Was denn jetzt? Wieso habe ich einen Ladebildschirm? Ich sollte mir übrigens... Hä, wieso? Nein, ich will keinen. Oh nein. Ich will hier raus. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier? Ich bin hier irgendwo... Nein, im Gefängnisausbruch. Ich will den Job verlassen. Ja, will ich. Alter. Ich bin hier irgendwo in so einem Gefängnisausbruch gelandet jetzt gerade, weil ich auch im Handy geklickt habe mehrmals. Alter, 34 Zuschauer. Vielen lieben Dank für die, äh, Zuschauerzahl. Ihr seid so geil. Ihr seid die Besten. Willkommen zur Let's Play Live Show. Freunde. Ich würde sagen, das war's mit GTA. Für heute. Und, ähm, ja. Da oben, irgendwo da hinten, da ist mein Studio. Da oben im Hochhaus. Und, ähm... Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal eben, ne? Socke. Oh, yeah. Wir verabschieden uns jetzt erstmal hier von GTA und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei Outlast im Speedy Run Fun, so wie es immer so ist. Und, ähm, ja. Würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao, Leute. Ah, die Schlange hat nicht gekühlt. Die Schlange hat nicht gekühlt. Vielen Dank.